Hallöchen, Tagchen und hallo liebe Leute zu einem weiteren Let's Try. Es kam ja lange keins mehr, obwohl ich sehr viel Bock habe und sehr viele Projekte habe und Spiele, die ich gerne mal antesten möchte. Nur komme ich irgendwie nicht dazu. Aber jetzt ist es ja da, wir spielen Banished heute. Was das ist, werden wir gleich sehen. Ich klicke mal einfach auf New Game. Achso, genau, stimmt. Ich habe es vorher schon mal angespielt und ich fand es ganz interessant. Aber ihr werdet es ja gleich sehen. So, es ist eine Aufbau-Simulation, eine Stadt-Städte-Bau-Simulation im Mittelalter, wie man vielleicht schon so im Hintergrund erkennen könnte. Und wir müssen unsere Stadt, die wir bauen wollen, natürlich benennen. Und wie nennen wir sie? Ich habe vorher keine Gedanken gemacht. Äh, ähm, so. Schreibt man das so? Jetzt, hier liegt gerade ein Bleistift, deswegen Maps-Eat, keine Ahnung. Ähm, Terrain-Typ, also wo soll die Stadt sein? Also wie soll die Umgebung sein? Soll es eher ein Tal oder soll es ein Tal sein oder soll es bergisch sein? Eher Tal-gerecht, Tal-gerecht, Tal-mäßig. Terrain-Größe, äh, ja, Medium-Reicht. Und Klima, Klima, ähm, ja, es ist eigentlich, ach, wir machen mal Mittel, ist immer gut, Disaster, natürlich gerne. Und die Start-Conditions sind Medium. Und so starten wir ins Spiel. Nach diesem kurzen Lade-Sequenz-Balken-Gedöns. Oh, man sieht hier eine Zeit-Uhr, eine Sand-Uhr, genau. So, und das Lied. Und baut das Terrain natürlich jetzt auf. Und, ja, das Ziel ist es einfach, was ich im Moment noch ein bisschen schade finde, ist es einfach nur, den Winter und die Zeit zu überstehen. Man fängt an mit einer Familie oder mehreren Familien und einem Lagerhaus. Und dann kann man eben seine eigene mittelalterliche Stadt bauen. So, und schon sind wir da. Erstmal ein bisschen umgucken. Aha, okay. Hier ist ein großer See direkt nebenan. Das ist auch, irgendwie finde ich, die Seen, die Seen, sehen so aus, als wären die einfach mit so einem Brushing-Tool oder so hier reingesetzt worden. Vielleicht hätte jemand irgendwie so mit so einem Umkreis gemacht und dann ist da Wasser. So sieht es zumindest aus für mich. Aber wie auch immer, wir spielen ja jetzt Banished. Und wir haben hier unsere Familie hier ein kleines Stockpile, ein Lager. Und hier ist, also das ist das Lager für Rohstoffe und das ist das Lager für, ähm, für Essen und Kleidung und, ähm, Werkzeuge. Genau. Und wir müssen jetzt hier, sieht man an diesen kleinen Icons, müssen wir erstmal unsere Leute irgendwo unterbringen. Und deswegen bauen wir direkt mal ein Haus. Häuser sind immer gut. Aber, da hier nicht so viel Platz ist, müssen wir natürlich irgendwie die Bäume und das Eisen und die Steine hier aus dem Weg schaffen. Und das können wir machen, indem wir einen Bereich ziehen. Hier, wir klicken auf Remove Resources. Remove Resources. Und können hier einen Bereich ziehen. Zack. Und jetzt fühlen die sich hoffentlich angesprochen und werden diesen Bereich abholzen und, äh, enteisen. Von dem ganzen Eisen und entsteinen. So. Und da uns das Ganze hier zu lange dauert, können wir auch das Ganze ein bisschen beschleunigen. Und da sehen wir schon, wie fleißig die kleinen Armeisen hier, äh, am Arbeiten sind. Ist schön. Das ist doch so, äh, so gönnt man sich das doch. So ist das doch nett. Ähm. Und da wartet man jetzt erstmal eine Runde. Wie es halt bei Aufbausimulationen ist, ist größtenteils, äh, wartend der Fall. Aber man kann natürlich auch das Ganze ein bisschen beschleunigen hier. Ja. Und jetzt warten wir erstmal, bis wir hier alles abgeholzt haben. Und dann können wir auch ein paar Häuser errichten, wo die dann erstmal unterkommen können. Wir haben hier ein Holzhaus und ein Steinhaus. Das Steinhaus ist saumäßig teuer und deswegen baue ich erstmal das Steinhaus. Und das hier ist ein Boardinghaus. Ich weiß noch nicht genau, was das bringt. Weil irgendwie sind bei mir, als ich das mal gebaut habe, nie die Leute da eingezogen. Aber auf jeden Fall bauen wir jetzt erstmal Häuser. So. Zum Beispiel hier eins hin. Und daneben noch eins. Hier mit so einem Abstand jeweils, damit es auch ein bisschen schön aussieht. Kann ich ja gleich mal erzählen, mein, ähm, mein, mein, mein Antrieb in dem Spiel ist wirklich alles einfach nur schön zu bauen. Weil man hat wirklich, wenn man, ähm, wenn man auf Medium Schwierigkeit spielt, auf mittlerer Schwierigkeit, hat man eigentlich keine Probleme mit den Ressourcen und so. Geht eigentlich alles. Und, oh, da ist schon irgendwas. Die Reserve of Stone is low. Da müssen wir direkt hier nochmal, können wir auch sagen, nicht alle, äh, Ressourcen aus dem Gebiet, ähm, abholzen oder, äh, weg schaffen. Oder uns eigen machen, sondern wir können auch sagen, nur den Stein in diesem Gebiet wollen wir haben. Und dann machen wir so. Dann geht's weiter. Und dann holen sie sich da den Stein, um die Häuser zu bauen. So, das ist das Prinzip. Und wir haben natürlich nicht nur Häuser. Wir können auch, müssen ja auch, ähm, für die Nahrungsversorgung sorgen, 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 versorgungs, sorgen. Versorgung sorgen, müssen wir, äh, mit Lahrung versorgen. Und da haben wir natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Es ist, äh, verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Ja, ich kann reden. Am einfachsten ist, glaube ich, weil wir hier an einem See sind, dass wir erstmal eine Fischerhütte bauen. Und die platzieren wir jetzt meinetwegen hierhin. Oder hierhin, genau. Und die wird dann eben auch gebaut. Hier können wir draufklicken, sehen, was wir alles für Ressourcen brauchen, damit die endlich mal gebaut wird. Und jetzt sehen wir hier, Mensch, die laufen aber langsam, unsere Leute. Das können wir auch beschleunigen, indem wir einfach mal, zum Beispiel, einen Weg bauen. Der Weg kostet, glaube ich, nichts, außer, dass da eben die Leute den bauen müssen. Apropos bauen. Wie man sieht, bauen die Leute hier gar nichts. Wie kann das denn sein? Da müssen wir erstmal gucken, ob das so richtig ist. Zack, und da haben wir hier, wir haben im Moment, im Moment, im Moment haben wir elf Leute, die nichts zu tun haben. Und hier können wir die Berufe für die Leute festlegen. Das heißt, wir machen jetzt hier erstmal vier Bauarbeiter vorübergehend. Und die werden jetzt hier sicherlich gleich checken, dass sie zu Bauarbeitern auserwählt wurden. Und dann werden sie, genau, hier anfangen, das Haus zu bauen. Dann haben wir hier natürlich eine Fischerhütte. Und die Fischerhütte muss natürlich auch irgendwie besetzt sein. Das bedeutet, dass wir hier dann noch vier Fischermans konstruieren. Fischermans rekrutieren, meine ich natürlich. Die dann dort arbeiten und uns Fische fangen, damit wir über den Winter kommen. Über den Winter kommen ist auch ein gutes Stichwort. Denn wir brauchen natürlich auch Feuerholz. Denn damals gab es noch keine Gasheizung, kein Erdöl. Nee, damals mussten die Leute noch mit Holz heizen. Und aus diesem Grund brauchen wir... Wartet. Wir brauchen das hier, genau, einen Woodcutter. Woody Woodcutter. Den platzieren wir einfach mal hier. Und... Wir brauchen natürlich auch wieder eine Straße, die den ganzen hier, die das Ganze hier verbindet. So ein bisschen. Dann ist das Ganze hier schon ein bisschen schicker. So ist das hier auch so, genau. Sehr gut, hier sehen wir schon, dass diese Schneeflocke, die bedeutet... Das bedeutet, dass das Feuerholz... Es ist... Ich weiß nicht, ich kann ja mal kurz die Simulation ein bisschen anhalten. So. Diese Schneeflocke bedeutet, dass es wahrscheinlich mit den momentanen Ressourcen schwer wird, über den Winter zu kommen. Das... Also es gibt zwei Sachen, die einem helfen, über den Winter zu kommen. Das ist erstmal Nahrung, weil im Winter wächst nichts. Glaube ich zumindest. Oder nur sehr wenig. Man bekommt auf jeden Fall wenig Nahrung im Winter. Und die zweite Möglichkeit, oder das zweite Muss im Winter, ist Feuerholz. Und wenn dieses Zeichen hier leuchtet, heißt es, dass es schwer wird, über den Winter zu kommen. Und dass die höchstwahrscheinlich verrecken werden. Entweder an Hunger oder an Kälte. Wahrscheinlich an Kälte, weil es ist eine Schneeflocke. Und aus diesem Grund haben wir hier natürlich jetzt das Ding gebaut. Und der macht aus normalen Holzscheiten, macht der Feuerholz quasi. Holzscheiten, ne, aus normalen Holzstämmen, Baumstämmen, macht der Feuerholz. Und den müssen wir natürlich auch hier... Guck hier, die Fishermans sind jetzt hier. Steht immer, wie viele gebraucht werden. Und dann steht hier immer, wie viele ich ernannt habe. Oder wie viele es jetzt im Moment gibt. Und ich brauche dann natürlich auch noch einen Woodcutter. Da das Haus noch nicht fertig ist, wird hier noch nicht angezeigt, wie viele wir brauchen. Aber ich weiß das schon, weil ich das Ganze schon gespielt habe. Und wir brauchen einen Woodcutter, wenn das Haus denn hier fertig sein sollte. In kurzer Zeit. Hier sehen wir es schon. Zack, genau. Und jetzt haben wir hier einen Woodcutter und der cuttet uns Wood. Das ist ja ein Ding, ne? Aber der braucht natürlich auch Holz. Und deswegen harvisten wir nochmal ein Trees. Wir sind ja in Deutschland. Ähm. Ja, hier sehen wir, wie er seiner Arbeit nachgeht. Zack, zack. Feuerholz sammelt. Und das dann zum Lager bringt, damit die Leute Feuerholz haben. So. Klingt komisch, ist aber so. Dann. Wäre es natürlich viel zu aufwendig, wenn man jetzt die ganze Zeit, ähm, um Holz zu holen, hier irgendwas, irgendwas fällen müsste. Und das wächst gar nicht nach. Beziehungsweise nur sehr langsam. Deswegen gibt es noch einen anderen guten Beruf. Ein Forester. Das ist ein Mensch, der pflanzt Bäume, um sie dann wieder zu fällen. Das, äh, ist komisch, ne? So. Dann platzieren wir diesen Mann einfach mal hier hin. Und verbinden das Ganze natürlich dann wieder mit einem, mit einer Straße. So, hier so ein bisschen rumziehen. Genau. Ja. Und so sieht das Ganze erstmal gut aus. Allerdings, ähm, glaube ich nicht, dass wir über den Winter kommen mit einer Fischerhütte. Obwohl, wir können mal gucken, wie viel, naja, wir haben 36 Fisch. Das ist sehr, sehr wenig. Deswegen fälle ich hier nochmal, mach ich hier nochmal ein paar Ressourcen. Also mach ich hier nochmal ein bisschen Platz, wollte ich damit sagen. Dann muss ich natürlich noch die Fischerhütte verbinden. Man muss diese Straßen nicht bauen, aber die sind halt dazu da, dass die Leute sich darauf schneller bewegen. Und da jetzt hier so viel Platz ist und ich möchte es nicht ausfüllen mit Weg oder so, kann ich einfach sagen, ich weiß noch nicht, ob das, also mir hat der noch nie was gebracht, aber ich baue jetzt hier einen Brunnen hin. Einfach so. Hier ist noch ein Brunnen, genau. Der passt dann nämlich perfekt nicht rein. Ich baue ihn trotzdem dahin. So. Okay, wir haben jetzt hier viel Holz, wir haben jetzt diesen Typen. Es sieht im Moment noch gut aus. Okay, wir haben wenig Essen. Wenig Essen ist nicht so schön. Na gut. Es gibt natürlich hier auch noch, ähm, zum Beispiel ein Gatherers Hut. Get the rest hut. Hut. So, das war Haftbefehl. Ähm, das ist ein Mensch, der sammelt Pilze und Bären im Wald. Das kann er natürlich nur im Waldgebiet machen. Dann gibt es hier einen Jäger, einen Fischer, den wir schon haben. Dann gibt es einen Pasture, was ich nie verstanden habe. Das ist anscheinend, also man legt ja einen Stall fest und da sollen irgendwann Tiere kommen, dachte ich. Bei mir sind da nie Tiere gekommen, als ich das gebaut habe. Dann kann man hier noch Felder pflanzen und, ähm, Obstbäume. Genau. Joa. Ich habe das Spiel ja schon vorher mal, äh, relativ lange gespielt und ich finde es wirklich, es ist ein schönes Spiel, mit dem man sehr lange Zeit verbringen kann. Weil irgendwie ist es so ein bisschen, man hat nie das, äh, den, 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 diesen, also man wird nie gehetzt oder so, man ist nie unter Stress. Es ist alles immer ganz easy, man kann ganz easy irgendwas bauen, außer die Bevölkerung regt gerade ab. Weil man nicht genug Essen hat, dann ist man vielleicht ein bisschen unter Stress, aber normalerweise sollte das eigentlich nicht vorkommen. So, hier sehen wir das Fragezeichen, das bedeutet, da ist einfach mal niemand zugeordnet. Und deswegen ordnen wir hier vier Forrester zu. Oh, ich klicke daneben. So, jetzt haben wir hier vier Leute, die Sachen anpflanzen und abholzen. Dann wurde hier natürlich auch jetzt, ähm, das, was ich in Auftrag gegeben habe, gemacht. Und hier wurde alles abgeholzt und abgesteint und abgeeisend, wenn man das nur nennt. Und dann kann ich jetzt hier, oh Gott, jetzt sind wir im Winter, ich hoffe, wir kommen über den Winter. Wir haben nämlich keinen Fisch. Oh, oh. Das wird jetzt ein bisschen knapp. Aber ist ja nicht meine Schuld. Genau, und so verläuft das Spiel eben die ganze Zeit. Man baut seine Stadt immer größer, es gibt da natürlich noch verschiedene Häuser. Ich werde das jetzt vielleicht noch eine Viertelstunde spielen und ihr könnt mir zugucken, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann gebe ich jetzt schon mal das Fazit ab, weil es wird, ich weiß nicht, ob man sich das angucken will, äh, ob das so spannend ist, sage ich mal jetzt, ähm, so eine Aufbausimulation sich anzugucken. Fände ich persönlich nämlich nicht. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, dass ich das echt ein cooles Spiel finde. Das Einzige, was ich bemängle, was dann wirklich den Langzeitspaß trübt, 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 wollte ich sagen, das ist, finde ich, ähm, das irgendwann einfach, also man baut seine Stadt immer größer, aber es gibt eben, wie gesagt, keine Gefahr. Es gibt keine Gegner oder irgendwas. Und das finde ich dann halt ein bisschen langweilig. Also ich finde, es wäre schon cool, wenn man da nochmal, das würde eine ganz neue taktische Komponente reinbringen, wenn es die ganze Zeit dieses langsame Aufbauspiel wäre und man müsste wirklich versuchen, über den Winter zu kommen und dann baut sich aber parallel nochmal hier drüben eine Stadt von einem Gegner auf und dann muss man Leute rekrutieren und das ist, äh, dauert alles lange und ist aufwendig und man kann alles bis ins kleinste Detail planen. Hier kann ich jetzt übrigens festlegen, was ich, äh, anpflanzen möchte. Kürbisse oder Weizen, ich pflanze auch immer Kürbisse. Ja, und das, äh, fände ich cooler, ehrlich gesagt, wenn es dann halt noch Gegner wäre. Vielleicht wird es ja noch eingepatcht, es ist noch in der Alpha, habe ich vielleicht nicht gesagt, aber ich finde es cool, ich finde aber persönlich, dass es nicht die 18 Euro, die es kostet, wert ist. Man kann es sich natürlich auch über eine amerikanische Website bestellen oder kaufen, besser gesagt. Das ist ja alles, also man kriegt ja, das ist ja nicht mit Verpackung und so, man kann es ja nicht irgendwie bestellen, sondern halt nur kaufen und dann irgendwie bei Steam aktivieren. Und das ist ja meistens so bei amerikanischen Webseiten, dass man den Dollarbetrag kauft und das wird dann natürlich umgerechnet in Euro und das ist wesentlich weniger. Und das ist dann gut. Jetzt muss ich natürlich noch Leute festlegen, die auf dem Feld arbeiten. Zwei Stück, so. Und dann bewirtschaften die hier das Feld. Ich hoffe, ja, okay, über den Winter kommen wir auf jeden Fall noch. Und dann kann man hier halt in Richtung Norden, ja, ich könnte ja theoretisch in Richtung Norden so ein kleines Gebiet anlegen, wo ein Haufen Felder sind. Und gen Süden wird dann meine Stadt. So hier auf dieser Landzunge mache ich dann die Rohstoff-Landzunge und hier unten wird dann der ganze, ganze Rest. Der ganze, ganze Rest. Ja, und dann baut man es halt so weiter. Man baut immer wieder Häuser, immer wieder Felder. Man muss quasi die Anzahl der Felder mit den Häusern quasi proportional halten, weil je mehr Bewohner es gibt, also je mehr Häuser es gibt, desto mehr Bewohner gibt es auch. Die vermehren sich nicht, wenn es keine neuen Häuser gibt, sondern wenn man jetzt ein neues Haus baut, dann denken die, oh, da ist Platz, da können wir ein Kind kriegen. So nach dem Motto ist das. Und deswegen muss man eben, je mehr Bewohner man hat, desto mehr Nahrung braucht man natürlich auch. Und jetzt wird es auch langsam wieder Frühling. Das heißt, wir können dann mal gucken, wie unser Feld hier bewirtschaftet wird. Das erste Mal bewirtschaftet wird. Ho, 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 ho. So, Haftbefehl war das gerade. Hat man natürlich gehört. Ähm, ja, das kann man, ich baue hier einfach mal nochmal ein paar Häuser hin, zum Beispiel so und so. Kann man ja mal machen. Hat hier niemand was dagegen. Und das ist, finde ich, ich finde, das sieht halt wirklich auch aus wie so eine mittelalterliche Stadt dann. Wenn man hier diese, diese engen Häuser hat und da hat man hier so seinen Industriezweig, so mit ganz vielen Feldern und Fischerei, Shit und sowas. Und da unten halt seine dichten Siedlungen. Das ist schon alles ganz cool. Und irgendwann wird es halt unfassbar groß und man kann diese ganze Insel besiedeln, wenn man möchte, besiedeln und besudeln. Und das ist das Spiel. Ja. Es ist total simpel eigentlich. Aber ich finde halt, dieser Stil, auch wie das aussieht, die Musik, die passt auch dazu, wenn die manchmal spielt. Spielt sie gerade? Nein, spielt gerade nicht. Oh, was ist Low? Locks. Locks und Low. Locks sind die Dinge, aus denen Feuerholz gemacht wird. Deswegen arbeitet der auch nicht mehr weiter. Weil, genau, die Materialien, die benötigt werden, gibt's, sind nicht da, sind zu wenig. Und hier pflanzen die gerade das Feld mit Kürbissen. Wunderbar. Guck, hier ist, ja, ja, genau, das ist das Zeichen, dass die kein Essen haben. Ja, ihr kriegt ja bald Kürbisse, habt euch nicht so, Mensch. Ähm, ja, ich könnte jetzt hier zum Beispiel noch ein Feld bauen, einfach nur, damit die nicht so rumquengeln. So groß wie es geht. So, passt. Und dann baue ich da natürlich noch einen Weg drum, damit die ist schöner zu laufen. So. Wunderbar. So, da können wir jetzt Weizen einpflanzen, wir können auch Kürbisse einpflanzen, es nimmt sich nicht viel. Ja, es nimmt sich wirklich nicht viel. Ich weiß gar nicht, ach, wir bauen jetzt hier Weizen an. Ich weiß nicht, was da so. Der Vorteil oder der Nachteil ist, es gibt auch nicht nur Kürbisse, man kann sich dann auch, wenn man einen Marktplatz gebaut hat, kommen auch manchmal Händler und die wollen einem dann neue Sachen verkaufen. Zum Beispiel Bohnen oder sowas, die man eigentlich nicht kennt. Und die kann man dann auch anpflanzen. Bohnen oder Kartoffeln zum Beispiel. Ja, so ist das. Und das dauert halt wirklich sehr lange, deswegen habe ich das auch meistens die ganze Zeit auf 5-Fahrer Geschwindigkeit oder 10-Fahrer Geschwindigkeit. Ich mache jetzt einfach mal 10-Fahrer Geschwindigkeit, damit es nicht so langweilig ist und ich hier mal ein bisschen mehr bauen kann. So. Hier sind die Kürbisse gepflanzt, da wird Weizen gepflanzt. Das ist wunderschön. Ich kann hier ja natürlich noch einen Farmer, ne zwei Farmer mache ich mal noch. Wir brauchen ja nicht so viele Bauarbeiter gerade im Moment. Dann könnte ich jetzt hier nochmal weiter, weil hier oben soll ja unser Farmabzweig entstehen, kann ich dann hier nochmal die Bäume wegholzen, abholzen. So, gleich werden die Kürbisse auch geerntet, denke ich mal. Wenn das hier voll ist, glaube ich, wenn die Leiste hier voll ist. Und dann werden die ins Lager gebracht und dann können die Leute die verspeisen. Lecker, lecker Kürbis und Weizen auch. Ja, ich hoffe man hört meinen PC im Hintergrund nicht super laut rödeln, weil irgendwie ist der Lüfter gerade ziemlich am... Ne, wisst ihr, ja. Ja, es ist ein schönes Spiel. Mehr kann man auch dazu nicht sagen. Was hat der jetzt hier? Der hat jetzt Production Limit. Ach ja, genau. Man kann auch überall so ein Production Limit einstellen, dass wenn man jetzt hier zum Beispiel 200 Feuerholz-Scheiter hat, dass der dann nicht weiter produziert, weil sonst wird das Lager voll und der ganze Mist. Oh, jemand ist gestorben. An Hunger. Ja, das wird sich bald ändern. Sicherlich. Wenn die Kürbisse hier fertig sind. Oder das Weizen. Franky, Marshmiller, Reize. Okay, das war jetzt schon wieder... Hätte jetzt nicht sein gemusst, ne. Aber, weiß der ja selber. Ja, und so baut man sich über die Insel. Wie schon dreimal gesagt, mir fällt auch nicht ein, was ich dazu jetzt noch groß sagen kann. Deswegen, ach wohl, ich kann jetzt mal... Ich habe ja jetzt das Spielprinzip größtenteils erklärt. Ich könnte jetzt mal eine andere Stadt laden, die schon ein bisschen... Ich habe sie nicht ganz so dreckig genannt. Weil meine erste Stadt war Dreckshausen. Da ist die Hälfte an Hunger verreckt. Und dann habe ich die nächste Stadt nicht ganz so dreckig genannt. Weil die sollten nicht alle gleich sterben. So, das ist gerade Winter. Das ist vielleicht ganz interessant. Die sieht auch nicht wirklich schön aus. Nicht so wie das hier. Das sieht ja wunderschön aus. Sondern... Ja, ist halt... Ist auch nicht wirklich groß oder so. Ist schon größer als das andere. Aber... Was ist denn hier? Ach so, genau. Ja, wir können ja mal warten, bis Sommer wird. Was ist hier? Low Locks. Okay. Ja, weil der hier nicht arbeitet, der Holzfäller. Arbeite, du Sau! Arbeite wirklich nicht, ne? Schwannerei. Und hier habe ich halt auch saumäßig viele Leute. Hier ganz viele Farmer. Essensprobleme habe ich auch nicht. Wirklich, weil ich so viele Felder hier habe. Wo ist denn... Wo ist denn... Äh... Gab es hier nicht so ein... So ein... Das da. Hier, 5666 Bohnen. Und ganz viel Weizen und alles. Ja. Ähm... Woodcutter... Ja, ist alles... Alles da. Hier ist auch so eine... Ist dann so ein Stein... Quarry. Was heißt denn das? Was heißt das so Stein... Steinbruch. Genau, Steinbruch. Hier ist der Markt. Da kommen hier manchmal Händler an und wollen mir irgendwas verkaufen. Weil die nett sind. Nett sein wollen zumindest. Ja, und es ist halt auch nicht wirklich groß. Ich könnte jetzt hier nochmal... Einfach aus Spaß, weil ich so viel Essen sowieso habe... Eine riesige Siedlung erbauen. Damit das hier alles ein bisschen cooler aussieht. Und das ist es dann halt auch. So. Iron ist auch low. Hab ich produziert der hier nicht Iron? Der produziert auch Iron. Gar kein Problem. Ja, ist halt so mäßig. Also ich bin hier... Nahrungstechn... Technisch. Nahrungstechn... Nahrungstechnisch geht's mir ja auch gut. Da kann keiner was dagegen sorgen. Ja. Genau. Und hier wachsen halt die Bohnen, wie man sie sich extrem... Und da Weizen. Ja. Das ist das Spiel. Falls es euch erfreut hat. Könnt ihr noch... Ich weiß nicht. Das können wir ja auch bei jedem Let's Try ab jetzt machen. Ähm... Wenn euch das Spiel gefällt und ihr sagt... Mensch, du, das war jetzt aber spannend, das Let's Try. Da würde ich gerne mal ein Let's Play von sehen. Dann schreibt das in die Kommentare. Bei jedem Let's Try könnt ihr das machen. Ich habe ja im Moment erst zwei hochgeladen, aber... Ähm... Ich hatte auch schon ein drittes Let's Play gemacht. Äh, Let's Try gemacht. Zu Minicraft. Aber da war ich so... Also ich bin ja jetzt auch verschnupft. Habe ich das eigentlich schon erwähnt, dass ich verschnupft bin? Hat man vielleicht gehört. Ähm... Ich muss nochmal demonstrativ machen. Weil ich so verschnupft bin. Ähm... Zu Minicraft habe ich mal ein Let's Try gemacht. Aber das war... Ne, das war qualitativ. War das einfach nur... Scheiße. Deswegen habe ich das nie veröffentlicht. Aber ich könnte, wenn ich wollte. Aber ich möchte nicht. So. Da kommt zum Beispiel ein Händler angetuckert. Den können wir jetzt noch abwarten. Bis der hier ist. Sag mal... Wo muss denn der langfahren? Hm. Kommt der jemals überhaupt zu meinem Marktplatz? Ne. Der ist auf einem See. Wieso habe ich den Marktplatz auf einem See? Bin ich dumm? Wie soll denn hier ein Händler hinkommen? Na gut. Auf jeden Fall sind das hier zum Beispiel... Da habe ich auch... Eine Brauerei gebaut. Und einen Schneider. Aber die brauchen halt Wolle. Und Äpfel. Um irgendwas zu produzieren. Und das bekommt man halt nur durch die Händler. Da muss man sich dann irgendwann einfach mal... Apfelsamen kaufen. Und die kann man dann anpflanzen. Und dann hat man ewig... Äh... Äpfel. So. Genau. Ja, und jetzt kriegen wir hier wieder ganz viel Essen und so ein Mist. Hier 5000, 6000 Bohnen. Ja, ist schon krass. Äh... So. Dann kann man hier halt stundenlang irgendwas bauen. Ich kann jetzt hier einfach nochmal... Oh, meine Maus. Oh, meine Maus hat gerade gespackt. Was ist hier? Der ist gestorben. Achso, der wurde von einem... Ähm... Von einem Stein zerdrückt. Weil er im Bergwerk gearbeitet hat. Tja. Gefährlicher Job. Arbeitet nie in einem Steinbruch. Meine ich. Kein Bergwerk. Obwohl, kann auch sein, dass er in einem Bergwerk gearbeitet hat. Ich weiß es nicht. Ich baue jetzt hier nochmal ganz viele Häuser. Einfach nur, weil ich Spaß dran habe. Man kann hier leider nicht so viel Mist machen. Es ist nicht so SimCity-mäßig, wo man dann einfach mal sagen kann... Okay, jetzt Erdbeben. Oder jetzt Godzilla. Godzilla, Godzilla, Godzilla. Nee, kann man leider nicht sagen. Schade. Ja, und das ist halt das Ding so. Ne? Und hier, hier. Das meine ich. Dieses Boardinghaus, da zieht nie ein Schwanz ein. Könnte ich eigentlich direkt abreißen. Ich könnte auch... Ich weiß nicht, nee. Ja. So ist es hier. So ist es hier im Blog. Tag ein, Tag aus. Und ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich auch das letzte Try. Ihr könnt ja mal in die Comments schreiben, ob euch das Spiel zusagt, was ihr daran cool findet und das nicht. Ich finde es, wie gesagt, ein bisschen doof, dass es keine Gefahr gibt, keinen Gegner. Weil über den Winter zu kommen, ist nicht wirklich schwer. Man baut drei Felder und da hat man es erstmal geschafft für die nächsten 200 Jahre. Und da kann man hier seine Bevölkerung aufbauen. So ist das. Aber es ist ja noch in der Alpha. Kann ja noch viel passieren. Also würde ich sagen, ich hoffe es hat euch gefallen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Benni von den Beware Playern. Ciao.